Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Shellshock Live heute gegen Zombay. Bewertet im Part und viel Spaß. Und damit werden wir schon in der nächsten Runde. Beim Todeskampf. Von Shellshock. Und zwar auf Deutsch. Das gibt es jetzt seit kurzem auf Deutsch. Soll ich die Doppelhopser werfen? Den Flummi. Was? Aufschütter. Kleine Möwe. Kaktus. Okay, alles normal. Aufschütter. Das ist geil. Der Bounder. Oder wie? Ne, nicht Bounder. Der Walger. Der was? Der Walger. Achso. Ach, das ist der Aufschütter. Nimm ich an. Du hast die Waffe. Ich glaube, wir sollten das wieder auf Englisch stellen, oder? Wir werden aber nicht verstehen, was das ist und die Zuschauer auch nicht. Ja, deswegen habe ich doch vorgeschlagen, dass du es auf Deutsch stellst. Du meinst auf Englisch? Also allgemein lassen ist dämlich. Oh, da steht dickfett. Feuern! Flummi! Los! Eingerastet! Feuern! Hä? Alle dieselbe Farbe? Das ist doppelt. Ja, genau. Oh, das war meiner. 100. Oh. Die Hähnchen-Schleuder. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Oh. Tschüss. Was? Bitte was? Der Pfeil hat gecrittet auf dir. 150. Yo, das hätte einfach 200 gemacht. Der Typ hat einfach ein Schild. Alter, ist das dein Ernst? Ja. Ja. Oh, ja. Lass. Lass getroffen. Oh Mann. Aber der hat noch gut gecrittet. Ja, das ist nice. Hey. Ich habe das Gefühl, ich werde sterben. Oh. 120. Du bist aber trotzdem tot. Oh. Was stimmt denn hier nicht? Was macht der? 30 Amor noch. Ach. Jo. Kritt. In der deutschen Fassung sind die, wenn du über die Spieler fährst, ist es auch voll, überlappt sich alles. Jo. Was haben die denn für Items? Oh oh. Oh nein. Ja, easy. Mal schauen. Was wird jetzt passieren? In diesem Todeskern. Drück mal Tab. Schau mal, wie Panzerung da steht. Das wird dir gefallen. Panzer. Pff. 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 Geil. Panzer. Um. Okay. Bauarbeiter. Spasmus. Okay. Spiel. Ach, bei den Waffen. Ach so. Glänzer. Die muss ich glaube, da ist einfach gedudelt. Mann, ey. Okay, ich gehe auf Elektrofrosch. Okay. Ich schieße entweder aus der Map raus oder treffe alle zum Tod. Ja? Hast du gewonnen? Ja. Ich schieße euch damit. Tschüss. Beide. Ich habe beide getroffen und nur 36 Damage gemacht. Wow. So viel Glück muss man erstmal haben. Eine riesen Explosion, aber einfach kein Damage. Ich versuche mal so einen 45 Grad Winkel zu denen zu kriegen. Ich habe ein paar Waffen, die da gut treffen würden. Was denn? Ein Fluss, ein Schnellfeuer und so. Was ist das? Ein Streamer. Oh ja. Hui, der Krieg. Oh ja. Der Krieg kommt nirgendwo hin. Hat der nicht. Oder ist das jetzt erst der Krieg? Ja, ne? Kann der aufhören? Da. Hä? Warum kam da so spät so ein Sniper-Schuss? Ja, weil der auf dich gezielt hat mit dem Ding da. Verstehst du? Nee. Nicht? Ja, ich auch nicht. Kann der doch nicht machen, der Junge. Kann eigentlich nicht, ne? Ach komm. Und meine Sachen. Darf ich die auch behalten, bitte? Und meine Sachen. Oh. Oh ja, du machst Schaden. Du machst Damage. Und ich auch. Oder? Ja. Ja, 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 komm. Ja, 33. Ich wollte gerade erst mal die Fluchbahn rauskriegen. Ja, der ist jetzt tot. Tutest du den mit dem nächsten Schuss? Oder wie viel macht der noch? Nein, ich habe doch jetzt die 45 Grad Schussbahn geholt. Ich schieße jetzt nicht straight. Okay, dann tue ich den. Magischer Schauer habe ich bekommen. Oh. Was ist das? Ich kenne das Symbol nicht. Keine Ahnung, fängt es heraus. Drei Striche. Nochmal, ja. Der hat gerade ein Air Beam gemacht. Oh, lol. Er hat einmal getroffen, das geht. So, den CBA kann ich auf jeden Fall treffen. Nein. Jetzt nicht mehr. Äh. Doch, eigentlich sollte ich perfekt drauf zielen, so wie ich jetzt stehe. Ich mache mal eins stärker. Und hoffe einfach. Sonst habe ich alles umsonst. Und schreibe ich wieder alle. Alles umsonst. Ja. Das ist es. Oh, guck mal. Oh, schön, schön, schön getroffen. 110 Schauer. Ich auch, ich auch. Oh, lecker. Aber der andere hat auch Damage gemacht. Lol. 114 habe ich nur gemacht. Ja gut, dann mache ich als nächstes den magischen Schauer. Und ich das Schnellfeuer. Was ist denn das? Das sind jetzt drei Striche. Ach, das ist diese, diese Kackwaffe. Ähm. So ein Halbkreis mit einem Strich durch. Nicht durch, sondern. Ich sehe es dann. Das ist aber richtig cool. Modano meint, das wäre richtig kacke. Das trifft mich nicht, oder? Hä? Es wäre fast zu dem anderen. Hä? Oh, meins, meins, meins. Ach, schade. Richtig cool. 8145. Okay, muss ich mir merken. Ich muss jetzt irgendwas anderes schießen. Was ist das denn jetzt? Hab da so irgendwas im Gesicht hängen. Wie verhält sich der Schuss? Hä? Was? Lol, ich habe getroffen. Lol, 10 Schaden gemacht. Boah, krass. Kein Wunder, dass Modano die mag. Der hat sich bewegt. Ich bin tot. Ne, der trifft mich nicht. Die können mich beide gar nicht treffen, oder? Doch. Keine Ahnung. Ich hoffe, es heißt Wütender Vogel. Oh. So. Habe ich irgendwas dafür? Ne. Obwohl Feuerwerk hätte ich. Wäre schon geil, oder? Das treffe ich aber nicht. Wie soll das denn gehen? Da muss ich ja echt genau treffen. Das müsste genau zwei sein. Das könnte richtig gut sein. Könnte mich aber auch ein bisschen töten. Okay, Schnellfeuer fliegt nicht so, wie man zählt. Nein! Sorry. Ah. Oh, das tut mir ein bisschen leid. Hat mich keiner getroffen. Echt jetzt? Ja. Sicher? Blieb komplett unberührt. Ein Konfetti. Nein, nein, nein. Ich bin ein bisschen stark. Gehen wir jetzt auf den Rekt? Ach, der steht ja bei uns. Eigentlich? Na, deiner ist besser, oder? Ich weiß. Nein, 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 eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich schieße meine Haftbaume nach da hinten und gucke mal, ob sie jetzt in den Magen kommt. Nach da hinten? Warum denn nach da hinten jetzt? Weil ich den im Visier habe. Und bei dem anderen ist ein Berg im Weg. Okay. Glaub an euch, ihr schafft das, ihr schafft das. Nee, ich geht's. Nee, nee, ich geht's auf deinen. Nee, nee, warum? Recht doch, wenn einer auf den geht, der ganz weit weg ist. Nee. Müssen wir noch fünf Sekunden. Ah, ja, aber ich schaffe es locker. Guck dir an, wie das berechnet wurde. Oh, deins ist auch geil. Dann hat er nicht immer meine Zahl falsch gemerkt. Nice. Aber ich baue ihn höher. Siehst du, wie effektiv das ist? Ja. Lol. Lol. Sie sind ganz gierig mit der Pistole. Nein, 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 nein. Nein, ich hatte die Hoffnung. Denn das war richtig überflüssig von ihm. Verbranntes Popcorn. Tontaum schießen. Das verbrannte Popcorn ist doch, ähm, super stark. Er macht's auch, oder? Ja, er macht's auch. Oh, das könnte ich auch treffen, oder? Hurra. Ja, könnte es. Das ist richtig kacke. Alter, was ein Waste. Ihr habt kein Damage gemacht. Nein. Ich bin aber fast getroffen. Ja, äh, ja, stimmt. Hä? Wo schießt der eine? Keine Ahnung. Hä? Der trifft. Der fuck. Bist er so hoch aus. Ja. Junge! Warum? Kein Plan. Mein Kumpel fährt auch noch rein. Aber geh auf den CBA. Achso. Das hat mir was getroffen. Das hat getroffen. Das war die Stufe 1 von dem, was ich gerade hatte. Ah. Ja, und hat genauso viel Schaden gemacht. Richtig krass. Ja, geh auf Rekt. Jetzt lohnt es sich nicht mehr. Ja, ich wäre so oder so hingegangen, wäre nicht das schwarze Loch da gewesen. Oh. Ja, hey. Hey. Ihr könnt gar nicht verfehlen. Töt ihn. Töt ihn. Ja, er tötet sich auch selber. Wahrscheinlich. Ihr seid... Weil er was richtig Fettes rein. Soll ich nicht auf den anderen eingehen? Nein, 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 nein. Der kriegt den nicht tot wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Das würde ich... Doch, der sprecht sich doch selber. Das würde ich nicht riskieren. Okay. Sonst macht der Schaden aus deiner... Oh, ja. Äh. Aua. Genau. Okay. Der war ein bisschen krank. Ja. Der Typ hat nur 25 Damage. Good job, sis. Stimmt, ja. Ball. Die auch perfekt auf mich drauf hält. Kannst du das holen da links? Das wäre cool. Hol mal. Das brauche ich doch nicht. Da ist Rüstung drin. Und das macht genau deine Bahn jetzt. Das weißt du. Du hast gerade zwei gute Gründe, dich wegzubewegen. Da ist keine Rüstung drin. Doch. Siehst du. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Ja, toll. Wo ist meine Zeit? Fuck, Mann. Ja, wenn man so hoch böllert, dann ist halt... Ui. Oh, ey. Ey. Nein. Was, wenn sie da in der Schlucht nebenhin gelandet, hätte es geklappt. Nee, du hast doch gesagt, der hat meine Schussbahn nicht mehr. Hat vollgebracht, sich zu bewegen. Ja, heißt das nicht, dass er dann immer jetzt trifft? Ach, das waren die Items des... Nee, Moment. Das macht aber keinen Sinn. Das waren die Items von dem Spieler. Ja. Ja. Grüne Päckchen geben doch. Ja, ich bin müde. Was ist los, Manu? Ja, ich bin müde. Doppelt. Ja. Und was war das? Was ist da so toll? Sniper? Ein Krater. Sniper? Habe ich nicht? Sniper? Nicht mal das wird ihn töten, oder? Außer es krittet. Oh, das ist schön, wenn das ein Sinkhole ist. Ja. Ja, 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 ja. Komm, komm, komm. Oh. Jetzt könnt ihr ihn mit einem Sinkhole töten. Ja, doch. Wenn ihr krittet, dann geht's. Wie viel Leben hat er? 55. Als ob. Als ob. Er so ein Item hat. Nein. Nein. Wenn da Rüstung drin gewesen wäre, dann wäre es am Leben. Und zu guter Letzt. Ne, ne, zwei versus zwei Runde. Auch wieder mit. Ne, diesmal mit 100 Leben. Stimmt. Ich sehe mein Visier nicht. Ich habe eine Python. Ich habe einen Flächenangriff. Sie sind dran. Ich bin tot. Ich habe einen Traveler. Äh, Reisende. Meine ich. Oh, habe ich nicht. Schade. Der hat. Wie viel Rüstung? Der hat 40 Rüstung. Genau. Ich habe zwei Blitze. Also so ein Doppelblitz. Den könnte ich da in diese Lücke zwischen die beiden schießen. Ja, trifft das? Boah, bitte töte mich nicht. Wir gehen doch dann durch die durch, oder? Bitte nicht. Oh, lol. Hab ich ein Glück. Es hat nicht getroffen. Und ein Crit. Okay, wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann gewinnen wir nicht. Äh, was ist denn wieder für eine Kacke? Ich habe eine Ahnung. Aber ich kann da reinböllern. Ich auch. Ist das besser? Ich kann da auch reinböllern bei dir. Ja. Ja, da mach. So, Doppelblitze. Feuer. Ja. Oh Gott. Ja. Trivler. Ja, einer ist tot. Die Blitze. Oh ja. 40er Crit noch. Ich habe 180 Damage gemacht. Und du einfach gar nichts. Oh nein. Oh, Pixel. Der wird dich jetzt wrong. Das kann sein. Nein. Äh. Schade. Ich hätte gelacht. Flächenangriff ist, äh, Seenkaulstufe 2, oder? Bestimmt. Okay, danke. Alter, ich bin echt enttäuscht von dir. Boah, bin ich enttäuscht. Ach, das. Ja. Ja. Ach, komm, komm. Alter, guck mal. Ja, genau. Genau. Schieß bitte dahin. Bitte, bitte. Ja, eben. Bitte schieß nicht mich ab. Es wäre einfach klüger, echt dich zu töten, glaube ich. Weil zweifach Schaden in deinem Gesicht. Schade, ich habe es noch schön geredet. Aber ich lebe. Du liebst noch. Versteckte Klinge. Ich versuche daneben zu ballern. Schauen wir mal, ob ich es schaffe, was ich schaffe. KITAN! So, guck jetzt. Ja, Luftstreit. War eine tolle Runde mit dir. Okay. Dann bewerte den Part. Schaut in die Videobeschreibung. Da sind alle verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Tschüss. Schaut in die Videobeschreibung. Tschüss. 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 Vielen Dank.